hi leute und willkommen in der nächsten runde ja super ja da können wir doch nicht so machen sorry wenn du auf die letzte sekunde raus fliegt kann ja nichts dafür ja toll weil meine aufnahme läuft und ich habe es dann wieder zusammen ja dann verwehrt schnell die aufgabe nein man das war die eine aufnahme ist gut kann du bist guten fest aufdurchschnitt okay ich hatte glück und kann meinen wir schnell verzaubern also marco gestartet ist eine neue runde ja marco ich habe kraft da man marco ich hatte so sehen noch ausgewählt von vorher von der vorherigen runde nein da hatte ich kraft da ich habe die ganzen team nur noch eine neue runde rein ich wusste nicht dass wir alle geläftet sein ich bin noch drin ich bin noch drin ich bin noch drin ja gekickt worden halt aber ich timo wir spielen jetzt jungen noch schnell die dauert nicht lang ist ja nur eine 1errunde alles klar irgendjemand hat hier archer ich werde doch jetzt schon die pfeile hier fliegen ja marco dann sterb bitte schnell oder warte slash ich bin nicht meine runde ich bin rauskommt oh ja leck komme alte ich habe gerade 700er ping nur ich habe ein zwanziger genau ein zwanziger alles klar jetzt habe ich deswegen meine enderpollets verschwenden oder weil ich zurückgebacken ich habe gerade 32er mit glück slash ping ich habe von uns allen die besten ping 200 folgendes update ist verfügbar ja update ich werde jetzt schnell auf dem broadcast okay oh wieder 40er ping okay jetzt passt wieder ja okay nee dann nehme ich jetzt auf also ihr alle schließt ihr alle beendet eure aufnahmen weil wir machen wir noch ein broadcaster aktualisieren okay alter wie das legt aber wir machen das jetzt so wir spielen alle zu dritt aber wir nehmen alle einzeln nacheinander auf so ist es am besten und dann müssen wir uns mit diesen wir machen die jetzt challenge einzelrunde mit start date fail graphic capture hack 64 ds claus die autogramm treuer gehen ich muss alle meine programm schließen und neu machen ja das war klar weil auch klasse muss ein update machen und leute ich bin gleich wieder da alter wie das legt ich will jetzt gar nicht auf meinen kind schauen etwas ich wette mal ich habe ein 500er ping normales habe ich ja ein zwanziger ja mein ping lädt nicht meist 800 alles klar nicht gut ist entgegen zu meinen verhältnissen hey junge ich habe normalerweise in 20 bis 30 30 ich habe jetzt gerade ein 30er wieder man ich kriege die ganze freundschaft ich habe keine ahnung fünf seiten oder so freundschaftsanfragen also freundschaft Freunde fünf seiten oder so hart man ich habe jetzt nur ein 30 fing aber ich kann nicht öffnen oder doch jetzt geht ja ich habe jetzt eine seite voll ich habe jetzt eine seite voll mit auf der anderen seite sind noch ich habe fünf seiten voll ich habe fünfeinhalb seiten ungefähr an freunden ok leute seid jetzt fertig ne ich bin noch in der runde ok dann macht die fertig und wir machen es jetzt so ja junge ich nehme noch auf als von dem her ja machen wir dann auch die challenge mit äh weißt schon nein wir machen es einfach so wir machen in etwa nee wir machen einfach die zufalls challenge jeder will ein zufälliges kid aus gehen wir jetzt zusammen ein team oder nein solo machen wir jetzt marco nimmt es jetzt auf oder nicht ja ich nehme noch auf ich bin gerade mit mit der aufnahme ok leute das heißt ja ausschneiden wenn es ist ne ich losse jetzt drin ich spiele die runde nämlich noch zu ende ok leute ok muss man das jetzt verstehen ich glaube ja ich habe heute ein bisschen zu viel access die genommen ja merkt man einfach mal eiskalt in der aufnahme gesagt ok ok juckt ja kein ach das ist so nix an vollkind ist mein freund alles klar alles klar ey die bombenjokes werden hier wieder rausgehauen in der runde ja genauso wie das mit den instantbuttons letzte runde schalt es mal wieder ein das war lustig mach das jetzt wieder mit den my little fähne ne ey komm jetzt hast du das ist hier so geil das ist hier so geil ne ne nö 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 no eiskalt nö alles klar wie die непods nicht hinweg ich bin tot schade ja ich hab eine reihe und zwei okay ey jungen das ist noch mit den außen Ja, das geht nicht, das geht nicht, ey, Junge, das geht nicht, ey, super, jetzt kann ich die Aufnahme wieder wegschmeißen, ey, willst du mich eigentlich...